Johanna liegt in der Gart. Ich möchte passieren. Beide Hände unter den Beinen runter durch, schräg rüber in den Kragen. Jetzt mache ich starken Druck auf sie drauf, wie ein Paket und laufe an ihr vorbei, an dieser Seite, wo ich mit der Hand greife. Schmeiße die beiden zur Seite, kontrolliere in der Psych-Control. Ich wechsle sauber in die Mount, Schulterdruck, Griff an den Fuß, rüber steigen in die Mount und greife mit einem Cross-Jog an. Johanna macht den Katapult, blockiert den Arm, blockiert mein Bein, greift weit auf den Rücken und schiebt die Hüfte nach oben. Und der Dreh geht immer weiter. Äh, quarantine! Spinnstin www.bar раз- wird.deadm.de Praiser